Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, schön dass ihr da seid. Mein Name ist Nicole und heute packen wir eine riesige und schwere Box aus, denn die Trendrider Trendbox ist bei mir angekommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Die Trendrider Trendbox ist eine nachhaltige Lifestylebox, die monatlich zu euch nach Hause kommt. Sie enthält immer mindestens sieben Produkte aus ganz unterschiedlichen Bereichen, wie Fashion, Food, Wellness und Design und die wollen uns einfach ein bisschen ein nachhaltigeres Leben näher bringen. Die Trendrider Trendbox kostet 30 bis 35 Euro pro Box, je nachdem für welche Aboform ihr euch entscheidet und solltet ihr ein Jahresabo wählen, dann bekommt ihr sogar alle zwei Monate noch ein extra Goodie mit in die Box gepackt. Außerdem habe ich einen Rabattcode für euch, nämlich Butterfly15. Mit dem könnt ihr 15% auf der gesamten Shopseite von Trendrider sparen. Sie haben dort zum Beispiel auch Einzelboxen, die man ganz ohne Abo kaufen kann, die dann nach ganz bestimmten Themen ausgerichtet sind, wie zum Beispiel Geburtstag oder rein Beauty oder so. Also schaut euch das unbedingt mal an. Wir gucken uns jetzt einmal die Box für den Monat Mai an. Das Besondere ist auch, dass man beim Bestellen die Auswahl hat zwischen der klassischen und der veganen Variante. Ich zeige euch einmal die klassische. Die Produkte sind alle in so einem schönen Seidenpapier eingeschlagen. Das ist so mit einem Blattmotiv bedruckt. Das gefällt mir immer richtig gut. Und dann ist das zugeklebt mit einem Aufkleber, welcher uns auch das Thema für diesen Monat verrät. Das ist diesmal Around the World. Also es geht um Produkte rund um die Welt, von der ganzen Welt oder auch ums Reisen. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Also das wird sehr interessant werden. Dann habt ihr hier einen ersten Blick auf die Produkte. Da sieht man noch nicht so viel. Ich nehme mal hier, oh was ist das denn alles, mal die Begleitgeschichten beiseite. Und das sieht auch sehr interessant aus. Also ja, wir gucken gleich mal durch. Zunächst habe ich einmal diese Karte hier. Da steht geschrieben, wir bedanken uns herzlich für die Kooperation mit dir und wünschen dir viel Freude beim Unboxing. Ganz liebe Grüße, Alisa. Vielen Dank, Alisa. Vielen Dank auch dafür, dass ihr mir die Box zusendet, sodass ich sie vorstellen kann. Dann habe ich hier noch eine kleine Karte, die hat jeder mit drin. Da steht immer drauf, wer einem die Box gepackt hat. Das war die Jana diesmal bei mir. Danke Jana auch an dich. Und da gibt es insgesamt zehn verschiedene Karten. Die kann man sammeln. Und wenn man die vollständig hat, kann man davon ein Foto einschicken und eine Geschenkbox gewinnen. Ich finde das ziemlich klasse. Außerdem ist es so, dass jetzt die Trendrader Trendbox immer einen ganzen Monat lang bestellbar ist. Früher war es so, dass man die Box immer bis zum 15. eines Monats bestellen konnte und danach wurden sie versandt. Und wenn man danach bestellt hatte, hat man quasi die Box für den darauffolgenden Monat bekommen. Jetzt ist es so, dass wenn ihr noch nach dem 15. die Box bestellt, dann bekommt ihr jetzt in diesem Monat auch noch die Mai-Box. Und das gilt dann den gesamten Mai über. Also das haben sie ein bisschen angepasst. Ich finde das ziemlich gut so. Und dann haben wir jetzt hier noch eine kleine Karte. Das ist einmal diese hier. Erfahre mehr über dein tolles Retter-Produkt. Okay, danke für die Produktrettung. Mit Trendrader setzt du dich aktiv gegen Verschwendung von Lebensmitteln ein. Feinschmecker Instant Kaffee. Okay, ich glaube da geht es jetzt schon um eines der Produkte, was wir gleich in der Box finden werden. Das lege ich darum nochmal kurz beiseite. Und dann haben wir hier einmal das Magazin. Da steht auch nochmal das Thema drauf, Around the World. Und die Lady da ist auch gepackt mit einem Rucksack, als wenn sie da irgendwo auf Wanderschaft ist oder so, mitten im Wald. Wir gehen auch gerne wandern, machen das gerne hier bei uns auch zu Hause. Vor der Tür haben wir ganz viele Wälder. Aber wir waren auch schon im Harz, wo es einfach wundervoll ist zum Wandern. Oder auch in Bayern zum Beispiel. Es gibt so viele tolle Orte, wo man auch in Deutschland wandern kann. Da muss man gar nicht weit in die Welt reisen. Die Reise um die Welt schreiben sie hier aber. Deine Around the World Box. Der Mai lockt ins Freie. Raus in die Natur oder gleich in die weite Welt. Im Mai ist alles möglich und wir wollen dich beim kurzen Verreisen oder auch der Weltreise unterstützen. Fremde Kulturen, interessante Begegnungen, neue Sichtweisen, exotische Naturdenkmäler und vieles mehr warten auf dich. Gerade in Zeiten von knappen Ressourcen und klimatischen Änderungen solltest du beim Verreisen auch an die Umwelt denken. Die Mai Box unterstützt dich beim nachhaltigen Reisen. Sie lenkt aber auch den Blick auf fremde Kulturen und Sitten, die es in anderen Ländern zu entdecken gibt. Das Thema Around the World beleuchten wir so facettenreich wie möglich, was sich auch an den Produkten in der Trendbox zeigt. Die Around the World Box bietet Fashion-Produkte für eine gelungene Reise, aber auch praktische Wellness-Produkte gegen die Gefahren der Natur. Gleichzeitig zeigen dir die Food-Produkte, was du in der weiten Welt alles an kulinarischen Highlights erwarten darfst. Packt dich schon die Reiselust? Fragen sie hier noch zum Schluss. Ja, so ein bisschen Reiselust habe ich ja schon. Mein Mann ist allerdings eher so eine Person, der möchte ungern in allzu weit entfernte Länder reisen. Ich hätte ja da schon irgendwie Lust drauf. Wir müssen da mal noch einen Kompromiss finden, glaube ich. Aber wie gesagt, wir haben hier das Glück direkt vor der Tür, haben wir eine wundervolle Gegend. Und ich finde, Deutschland generell ist einfach schon wunderschön und abwechslungsreich. Also ich finde, selbst hier in den eigenen Landesgrenzen kann man toll verreisen und Urlaub machen und viel erleben. Ich glaube, wir starten mal mit dem Produkt, wo wir jetzt hier auch schon ein bisschen gespoilert wurden. Da haben wir nämlich gleich eins, zwei, ich glaube drei Packungen sehe ich jetzt hier, ja drei Packungen von drin. Und zwar ist das Black Organic Instant Coffee, also ein Instant Kaffee aus den Hoch-Highlands, aus den, mir fällt gerade das Wort nicht ein, aus Peru. Und da haben wir sechs Packungen, 3,45 Gramm wohl pro Schachtel drin. Wir schauen da gleich mal rein. Und da haben wir hier scheinbar einen löslichen Bohnenkaffee, ja löslicher Bohnenkaffee, kühl- und trockene Hager. Das klingt nach einem perfekten Produkt für die Arbeit, oder? Also wenn man mal keinen Urlaub hat und nicht verreisen kann, dann kann man sich das mit auf die Arbeit nehmen. Ansonsten ist es natürlich auch auf Reisen ziemlich praktisch, denn einen Wasserkocher findet man meistens überall. Und darum ist es dafür ziemlich gut geeignet. Da haben wir jetzt sechs von diesen Sashis in einer so einer Packung drin. Dadurch, dass wir drei Packungen haben, da können wir das wirklich ausgiebig testen. Hier auf dem Sashis ist auch auf der Rückseite die Zubereitung beschrieben. Man soll es mit 75 Grad warmen Wasser, 230 Milliliter, quasi aufbrühen. Und ja, ansonsten steht hier noch drauf, dass die Intensität moderat ist. Also ich würde jetzt moderat mit so Mittel, Medium beschreiben. Und Roast ist auch Medium, also Medium geröstet. Nicht zu intensiv, nicht zu kräftig, aber auch nicht zu mild wahrscheinlich. Ich werde ihn gerne testen. Und jetzt möchte ich nochmal schauen, was Sie hier auf dieser Karte genau dazu schreiben. Mit dem Black Organic Instant Coffee erhältst du Bio-Kaffee ohne Zucker und Konservierungsstoffe als Muntermacher auf deiner Reise. Black nutzt eine revolutionäre Extraktionsmethode, die jede Bohne optimal brüht. Schonende Trommelröstungen bei geringer Hitze sind hier Standard. Der Kaffee Nummer 2 hat einen sehr ausgewogenen Geschmack mit einer süßlichen Note. Die Bohnen stammen von nachhaltigen Kaffeefarmen aus dem peruanischen Hochland. Hochland, da ist das Wort. 1% des Umsatzes spendet Black, ich hoffe ich spreche den Markenlamm richtig aus, zudem an Umweltschutzprojekte, finde ich gut. Trinke Kaffee für die Umwelt als Teil der Retteraktion erhältst du viermal Black Organic Instant Coffee Nummer 2 mit einem sehr kurzen Mindesthaltbarkeitsdatum, was den Kaffee zu einem Retterprodukt macht. Ah, ich verstehe, okay, dann wird sich hier irgendwo noch eine vierte Packung verstecken. Ja, ich glaube, ich habe sie dann gerade gesehen. Da ist die vierte und das Mindesthaltbarkeitsdatum ist doch bis Juli. Also Mitte Juli bis dahin können wir den noch trinken, wobei ich wette, da wird sich auch noch etwas länger halten. Das ist ja auch einzeln abgepackt. Aber ich finde das schön, dass sie das eben so auch kommunizieren, dass sie halt sagen, Mensch, ihr bekommt gleich vier Stück. Achtet aber drauf, es ist halt von der Haltbarkeit nicht mehr allzu lang, aber ihr rettet damit die Produkte, bevor sie dann vielleicht irgendwann auf dem Müll landen oder so. Also das finde ich toll, das finde ich gut und das möchte ich auch gerne so unterstützen. Das nächste Produkt ist ein Tool für die Haare, eine Rundbürste und die ist von Pasa Beauty und da haben wir auch schon mal in Boxen auch so diese normalen Haarbürsten gehabt. Hier ist es jetzt eine Rundbürste und bei diesen Bürsten ist das Besondere, dass sie aus Zuckerrohr hergestellt sind. Das heißt, wir haben jetzt hier keinen Plastik in dem Griff. Das ist eben aus einem biologischen Stoff. Hier hinten wird sogar erklärt, wie das Ganze hergestellt wird, bevor es dann zu einer Haarbürste wird. Und ich finde das echt praktisch. Das Produkt ist zu 100% vegan und dann haben wir hier noch extra so eine Borsten, die eben das Haar besonders pflegen sollen und zum Glänzen bringen sollen. Ich persönlich verwende keine Rundbürsten, darum werde ich die hier sehr wahrscheinlich weiter wandern lassen. Aber ich finde die Idee dahinter, Zuckerrohr für solche Produkte zu verwenden, total genial und wirklich sehr nachhaltig. Dann haben wir jetzt als nächstes hier eine Dose mit leckeren Bonbons und zwar Mint Schoko Drops von Cavendish & Harvey sind die. Da haben wir auch schon mal so Bonbons in der Trend für der Trendbox drin gehabt, also auch so in fruchtigen Richtungen. Und Minz Schoko, ja das erinnert dann natürlich auch so ein bisschen an After 8 und so. Ich finde Minze und Schokolade zusammen immer total lecker. Die werden in jedem Fall vernascht. Ich mag die Bonbons unheimlich gerne. Und die sind auch so, dass die eben außenrum das harte, das weiße, das wird der Minzgeschmack sein. Und innen drin sind die mit so flüssiger Schokolade gefüllt. Das klingt richtig gut und wird ausgetestet. Und wenn was in Boxen geht, dann sind es immer Socken. Egal zu welcher Jahreszeit, finde ich, passen Socken allemal. Wir haben hier Wood Socks, gehen wie auf Wolken. Und da haben wir die Größe 39 bis 42. Das passt für meine Füße. Ich habe Schuhgröße 42. Und das sind so eine Sneaker Socken. Das heißt, sie gehen hier nicht so hoch. Ich finde das gut, passt jetzt auch zu den wärmeren Monaten. Die fühlen sich sehr, sehr weich an und sie sind ganz schlicht schwarz. Schwarze Socken kann man natürlich auch immer gebrauchen. Spare 15% auf deine erste Bestellung. Code Trend Trader. Das blende ich euch nochmal mit den Preiseinwendungen ein. Und dann schreiben sie hier, schade ist es ein bisschen überklebt von dem Aufkleber, unsere holzigen Socken. Ich vermute, die sind aus Holz hergestellt. Und darum werden wir jetzt hier mal in das Magazin reinschauen. Sneakersocken. Gehen wie auf Wolken. Dank Socken aus Holz. Die nachhaltigen Sneakersocken von, wie spricht man denn das aus? W-I-J-L-D. Also ich würde jetzt auch sagen Wild, oder? W-I-J-L-D. Ich würde sagen Wild. Werden umweltfreundlich und vegan in Portugal gefertigt und bieten einen unbeschreiblichen Tragekomfort. Durch die einmalig weiche Sohle und die antibakteriellen Eigenschaften von Holzfasern begleiten dich diese besonderen Socken garantiert frisch und gemütlich einmal um die Welt. Haben sie passend geschrieben, oder? Ja, passt in jedem Fall auch sehr gut zum Thema, finde ich. Dann haben wir hier etwas besonders sicher eingepacktes. Meistens macht Trendfeder das, wenn etwas in einer Glasflasche oder so daherkommt. Ja, da haben wir regelrecht eine Flasche. Und zwar diese hier habe ich noch nie gesehen. Von Kloster Kitchen ist das. Die Marke kenne ich. Organic Power Drink. Granat Apfel Drink. Das Original mit Ingwerstückchen Big Shot. Zwölf Portionen. Oh je. Ich bin nicht so der Riesenfan von Ingwer Shots, muss ich sagen. Sie sollen gesund sein. Sie sollen die Immunabwehr stärken und wirklich gut sein für den Körper. Ja, vielleicht probiere ich den mal so. Vielleicht in Kombination mit Granat Apfel ist es vielleicht nicht ganz so scharf. Ich werde es vielleicht mal testen. Aber ich lasse es jetzt für den Moment mal noch zu. 250 Milliliter sind hier drin. Und bei den Zutaten ist zuerst Wasser aufgeführt. Danach kommt schon die Ingwerstückchen. Dann ist da noch Agarven Dicksaft drin. Granat Apfel Grundstoff. In Klammern natürliches Granat Apfel Aroma. Okay, also nicht wirklich Granat Apfel Saft, sondern Aroma. Aber ich werde es mal testen, denke ich. Mal gucken. Ich stelle es mir mal in den Kühlschrank. Vielleicht ist das ja gar nicht so verkehrt. Dann haben wir hier noch etwas so sicher eingepackt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht eine zweite Flasche von dem Ingwer-Shot. Nee, da haben wir eine Soße. Und die sieht ziemlich lecker aus. Eine rote Soße von der Marke Naturata. Mehr als Bio. African Spirit Soße. Exotisch scharf. Ja, klingt lecker. Man sieht auch hier so ein bisschen die Körner von der Chilischote. Stelle ich mir sehr gut zu Hähnchen und Reis zum Beispiel vor. Ja, passt auch in jedem Fall zur Sommerzeit, zur Grillsaisonzeit. Und ja, so unterwegs. Wir haben eben hier aus dem fernen Afrika einen Geschmack drin. Also es passt auch irgendwie zum Thema. Ich werde die testen. Ich mag das gerne, ja. Dann haben wir als nächstes hier etwas von der Marke Madara Organic Skincare. Eine Naturkosmetikmarke mit sehr hochwertiger und preisintensiven Produkten. Hier haben wir einen Sonnenschutz SPF 30. Und das ist eine Age Defying Face Sunscreen Cream. Also einen Sonnenschutz fürs Gesicht, der auch Anti-Aging Eigenschaften hat. 40ml Produkt sind hier in jedem Fall drin. Und die Tube schauen wir uns auch mal dazu an. Plant Steam Cell steht hier auch noch mit drauf. Ich bin mir jetzt nicht so richtig sicher, was das zu bedeuten hat. Wir werden gleich mal lesen. Es ist ein Anti-Age Sonnenschutz mit Pflanzenstammzellen. Perfekter, makelloser Look und breiter Schutz vor UVA, UVB-Strahlung und urbaner Luftverschmutzung. Passt sich dem Hautton an. Für alle Hauttypen geeignet. Nach der täglichen Feuchtigkeitscreme anwenden. Okay, du bist also, bist du dann mit einer Tönung. Also hier steht jetzt vorne nichts mit einer Tönung drauf. Aber wenn sie hier schreiben, passt sich dem Hautton an. Dann bin ich da jetzt gerade ein klein wenig irritiert. In jedem Fall finde ich den Lichtschutzfaktor von 30 gut. Ist für mich so ein Minimum an Lichtschutzfaktor. Weniger würde ich nicht verwenden. Und ich glaube, hier lese ich jetzt auch nochmal kurz in das Heft, weil ich jetzt nicht sicher bin, ob das ein getönter Sonnenschutz ist oder nicht. Eine gute Sonnencreme brauchst du an fast jedem Ort der Welt. Madara bietet eine natürliche und mineralische Sonnencreme mit einem UVA-UVB-Breitbandschutz und unsichtbarem Finish. Die Wirkformel mit nordischem Drachenkopf, das klingt interessant, oder? Ähm, ja, wo war ich? Und Antioxidantien schützt die Hautflora vor Alltagsbelastungen. Sonnenschäden wie Trockenheit, Fältchen, Pigmentflecken, dunklen Flecken und Volumenvernust werden zuverlässig vorgebeugt. So kannst du sorgenfrei um die Welt reisen. Passt in jedem Fall auch richtig gut zum Thema. Ich glaube nicht, dass es jetzt was getöntet ist, obwohl sie jetzt hier auch wieder geschrieben haben mit unsichtbarem Finish. Ich denke, sie meinen damit vielleicht einfach nur, dass sie nicht weiß sind, aber sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Also wenn ihr das Produkt kennt und das schon mal ausprobiert habt, dann schreibt dazu gerne mal was in die Kommentare. Das nächste Produkt passt für mich auch gut zum Thema, denn wenn wir zum Beispiel auf einer Wanderung sind, unterwegs sind, in der Welt unterwegs sind, dann macht es durchaus Sinn, auch einen Snack dabei zu haben. Ich persönlich werde diesen Riegel aber mit zur Arbeit nehmen. Wir haben hier von Hay einen Oat-Schoko-Haselnuss. Das ist ein Riegel mit verschiedenen Bestandteilen und eben einer Schokonote. Finde ich richtig gut. Ich kenne die Riegel auch schon. Die schmecken lecker. Finde ich toll. Vernasche ich gerne und nehme ich mir eben wie gesagt mit zur Arbeit mit. Dann haben wir jetzt hier so ein Sachet, ein weißes Beutelchen. Nikois Naturseifenmanufaktur. Ein Vollwaschmittel haben wir hier. Einen Esslöffel Waschmittel ins Waschmittelfach und einen Schuss Essig ins Weißspülerfach geben. Und viel mehr braucht man dann gar nicht. Das ist scheinbar wirklich eine ganz kleine süße Manufaktur, so wie das verpackt ist. Das sieht handgemacht aus richtig toll. Und Vollwaschmittel kann man auch immer gebrauchen. Also von daher werde ich das gerne ausprobieren und mal testen. Ich persönlich habe allerdings noch nie so mit Essig dann quasi als Weißspülerersatz gewaschen. Da dürft ihr mir auch gerne mal schreiben, ob ihr das schon mal ausprobiert habt und wie da so eure Erfahrungen sind. Dann haben wir jetzt hier eine Schachtel und die ist von der Marke Ballade en Provence. Und da haben wir eine feste Nachtcreme. Und da habe ich auch schon mal genau dieses Produkt auch gehabt. Ich meine sogar auch in der Trendbox. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Und habe sie auch ausprobiert. Das ist ein festes Stück Gesichtsseife. Das sieht ganz schlicht und pur aus. Und zwar einmal so. Und das schmilzt halt mit der Körperwärme. Deswegen packe ich es auf einmal direkt wieder zurück. und wird dann so ein bisschen ölig. Und das kann man sich dann super verteilen im Gesicht. Es ist sehr reichhaltig. Mir war es vielleicht schon eine Spur zu reichhaltig. Also ich würde es bevorzugt im Winter und abends verwenden natürlich. Es ist ja hier auch als Nachtcreme ausgeschrieben. Ich würde es aber wie gesagt bevorzugt im Winter verwenden. Denn jetzt im Sommer wäre es mir einfach zu viel. Es ist ein sehr hochwertiges Produkt. Hier ist Kakaobutter drin und Aprikosenkernöl. Es ist handgemacht. 40 Gramm Produkt sind hier drin. Und das finde ich echt schön. Weil es wirklich eine tolle, tolle Fliege ist. Dann haben wir jetzt hier noch einmal diesen Umschlag hier. Around the world with road typing. Okay, roadtyping.de steht hier noch mit drauf. Und da haben wir richtig coole Postkarten. Einmal das Motiv, was auch auf dem Umschlag zu sehen ist. Eine Person mit Kamera und Koffer. Koffer und dann steht da let's travel the world drauf. Also ja, das macht irgendwie schon so Lust auf Selbstverreisen, oder? Das zweite Motiv, Adventure awaits. Da sehen wir eine Person mit Hund und die stehen vor einem Berg, wo gerade die Sonne untergeht oder so. Auch sehr süß. Und viele nehmen ja ihre Haustiere auch mit auf Reisen. Die haben eine Katze. Die bleibt zu Hause. Die nehmen wir nicht mit. Und dann haben wir hier noch einen Bulli. Let's go somewhere. Genau. Irgendwohin wahrscheinlich. Mit so einem Bulli ist man ja da total flexibel. Und das wäre auch so persönlich meine bevorzugte Art zu reisen, glaube ich, derzeit. Wir haben ja auch noch vor, irgendwann mal einen Roadtrip durch Norwegen oder so zu machen. Aber das muss noch ein bisschen warten. Im Moment sind die Leihgebühren für so einen Wohnwagen echt expandiert. Das ist der Wahnsinn. Und da ist das uns einfach ein bisschen zu teuer, müssen wir ehrlich gestehen. Aber es läuft ja auch nicht weg. Aber es steht ganz fest noch auf unserem Plan. Dann haben wir jetzt hier noch eine Zeitschrift. Und zwar diese hier. Die Lady kenne ich. My Tea. Genau. Die macht der ZDF Neo, ist es, glaube ich. Eine ganz spannende, interessante Sendung. Die schauen wir hin und wieder mal. Das ist die Brigitte B. Green. Echt jetzt? Wieso unser Müll plötzlich in Polen vor sich hin rottet? Oh, interessantes Thema. Sag mal, My Tea, wie kommen wir raus aus dem Pöbelmodus? Lasst uns reden und nicht mit den Fingern aufeinander zeigen, wie wir gemeinsam den Planeten retten. Ja, sie ist, glaube ich, Chemikerin und vermittelt da bestimmte Dinge auch richtig toll auf eine ganz besondere Art. Also ich mag sie. Ich werde hier in jedem Fall mal reinblättern. Ich kenne das Magazin gar nicht von Brigitte B. Green. Ist in jedem Fall sehr interessant und finde ich sehr schön. Und auch so einmal jetzt entdecken zu können. Jetzt haben wir hier noch ein kleines Sachet. Da steht nicht viel drauf, außer Solash. Das ist übrigens auch schon das letzte Produkt. Und wir haben hier ein Brillenband. So ein, ja, ich verwende die ja persönlich immer gar nicht so. Aber es ist so ein Bändchen, was man sich an die Brille machen kann, damit man, wenn man jetzt zum Beispiel nur eine Lesebrille trägt, sie dann einfach hängen lassen kann. Wenn man sie eben nicht auf der Nase hat. Ganz viele machen sich diese, ja, Brillenbänder, mir fällt gerade das richtige Wort dafür nicht ein, ihr merkt es, ne? Machen sich das auch zum Beispiel an den Mundschutz ran, dass wenn sie den gerade nicht tragen müssen, dann eben weiter so am Körper haben. Und das ist eine ganz schlichte silberne Kette hier. Sieht sehr hochwertig aus, muss ich sagen. Aber ich denke, das werde ich weitergeben, weil ich dafür persönlich einfach keine Verwendung habe. Denn ich habe meine Brille immer auf der Nase. Ich nehme die nicht zwischendurch ab. Ja, ihr Lieben, wir haben damit auch alles ausgepackt. Ich fand, es war wirklich sehr abwechslungsreich. Wir waren hier Produktretter mit dem Kaffee. Wir haben einen sehr spannenden Magazin, wo ich reinblättern werde. Ein Tool für die Haare. Wir hatten den Sonnenschutz von Madara. Den Ingwer-Shot. Ich werde ihn testen. Ja, die afrikanische Soße, die ich sehr spannend finde. Einen Riegel für unterwegs. Also ich fand die Produkte so insgesamt wirklich gut, auch auf das Thema abgestimmt. Das hat mir sehr gefallen. Ich werde euch mal einen Gesamtwert einblenden. Und dann schaue ich jetzt hier aber auch nochmal durch, was es vielleicht für Alternativen hätte geben können. Und da habe ich jetzt einmal hier die Haarbürste von Haar Pasa Beauty, die Rundbürste. Die ist hier in zwei verschiedenen Farben abgebildet. Und ja, das ist aber jetzt mir persönlich gleich, welche Farbe von beiden. Zumal ich sie ja eh weitergeben werde. Die Drops, diese Bonbons hier, die gab es auch in zwei verschiedenen Sorten. Ich habe ja die Mint-Schoko-Drops. Und alternativ gab es noch die Double Fruit-Drops. Also einen Fruchtgeschmack. Hätte ich mich auch drüber gefreut. Auch der Riegel ist in drei verschiedenen Sorten vertreten. Ich habe ja hier die Variante mit Schokolade. Und dann ist da noch eine helle Variante, wo ich nicht lesen kann, was es für eine Sorte ist. Und einmal eine Beeren-Variante in den Boxen vertreten. Und das Produkt hier von Ballade & Provence ist tatsächlich das Goodie für alle Jahresabonnenten. Also wenn ihr ein Jahresabo habt, dann bekommt ihr alle zwei Monate ein extra Goodie mit in die Box gepackt. Das ist jetzt in diesem Fall dieses hier. Und diese feste Nachtcreme hat einen Wert von 19,90 Euro. Das ist auch ein ordentlicher Wert, finde ich. Dann geht es hier noch auf einer Doppelseite ums nachhaltige Reisen. Also auch sehr passend zum Thema. Da geht es dann hier um den CO2-Ausstoß. Ein Vergleich von Pkw, Elektro-Pkw-Bahn und so weiter wird hier auch noch aufgeführt. Also sehr interessant. Sonnenschutz ist dann hier auch noch ein Thema. Finde ich auch gut. Da ist hier auch eine Tabelle, wo es um die unterschiedlichen Hauttypen geht. Und wie lang dann der Eigenschutz zum Beispiel ist. Also sehr spannend. Und ja, dann geht es noch um den nächsten Monat. Hier ist noch eine Sneak-Peak für den Monat Juni. Die möchte ich euch jetzt auch nicht vorenthalten. Deine Trendbox im Juni. Blauer Ozean, strahlende Sonne und ein nachhaltiges Leben. Im Juni dreht sich alles um das Meer. Das neue Thema ist Pure Ocean. Wir möchten dabei nicht nur die Schönheit des Meeres unterstreichen, sondern auch zu einem nachhaltigen und vor allem plastikfreien Lebensstil anregen. Das Meer sollte sauber und müllfrei sein. Wie das am besten gelingt, zeigen unsere plastikfreien Lifestep-Produkte im Juni. Sehr schönes Thema. Sehr unterstützenswertes Thema. Und ja, finde ich sehr wichtig auch. Und da freue ich mich auf die Box. Jetzt schreibt ihr mir gerne mal in die Kommentare, was euer Highlight-Produkt ist. Dann tauschen wir uns dann gerne aus. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinem Kanal ein Abo dalasst und meinem Video ein Däumchen nach oben. Und dann sehen wir uns auch ganz bald schon wieder. Tschüss, alles Liebe. Eure Nicole.